Hey Leute, heute ist ziemlich geiles Wetter, wenn ihr auch rausguckt, könnt ihr das sehen. Ziemlich nice und heute gehen wir in Stuttgart ein bisschen Street fahren. Ich esse jetzt noch Mittag und dann gehen wir los. Wir waren jetzt am Schlossplatz fahren. Gehen jetzt noch kurz zum Kunst fahren, weil ein Kumpel ein Ersatzteil braucht. Und wir gehen wieder zurück an den Schlossplatz und gucken ob wir noch ein paar Clips zusammen bekommen. Musik 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 Oh, 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 oh. Also, wir hatten jetzt eine nice Session oben am Schlossplatz und jetzt gehen wir noch kurz snacken und dann an Prag Friedhof. Oh, 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 oh. Weil wir gestern ziemlich spät dran waren und die Halle schon zugemacht hatte, als wir dort gewesen wären, gehen wir heute in Prag Friedhof und ich denke, bei dem Wetter wird es zwar ziemlich voll sein, aber man kann trotzdem ein bisschen was filmen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es war trotzdem im schlechten Wetter in Prag relativ entspannt und wir haben noch ein paar coole Clips zusammen bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne ein Like da lassen, Kommentar, Verbesserungsvorschläge und bis zum nächsten Mal.